Hallöchen, hi, ich bin Johannes Zenglein und ich bin gerade in Studio 2, denn hier wird das ARD Buffet produziert und das ist mein neuer Arbeitsplatz. Freue ich mich sehr drauf. Das ist das berühmte grüne Sofa und ich kann Ihnen sagen, das will keiner von Ihnen zu Hause haben. Das ist unglaublich fest, aber hier finden viele spannende Gespräche statt. Das ist auch das, auf was ich mich freue, auf diese Themenvielfalt, die unterschiedlichen Gäste und es ist alles live. Das heißt, wenn was schief geht, dann geht was schief und das liebe ich einfach. Also nicht, wenn was schief geht, sondern wenn es echt ist. Was ich mich immer gefragt habe, ist, ob diese Küche voll funktionsfähig ist oder nur der vordere Teil funktioniert. Aber es ist tatsächlich so, jede Schublade hat eine Funktion und sogar der Kühlschrank ist bestückt. Und wenn die Sendung mal ganz schief läuft, dann gibt es im Kühlschrank was, was ich sehr liebe und zwar den Notfall Weißwein. Das ist auch so eine Frage, diese ganze Fernsehdeko hier. Kann man die noch essen oder steht die nur so rum? Das ARD Buffet feiert ja Jubiläum, 25 Jahre. Die Mandeln vielleicht auch. Was ich gerade entdeckt habe, der Kollege Sören Anders hat seine Jacke vergessen und es ist fast meine Größe. Seine Jacke passt auf jeden Fall. Ich hoffe, er bringt mir dann noch Kochen bei. Und das ist der Tisch, vor dem habe ich am meisten Respekt, weil hier gibt es ja wahnsinnig viele kreative, gute Bastelideen. Und wenn ich eins nicht bin, ist es handwerklich begabt. Aber ich bin ehrgeizig und ich gebe mein Bestes. Das war es von meiner Seite. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns mal, wenn Sie mögen, im ARD Buffet. Also bleiben Sie gesund. Alles Gute. Ciao, ciao.